Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin César. Meine Mutter. Sie haben die Hand gefunden? Beeindruckend. Sie wirken so überrascht? Hörst du immer noch die Stimme deiner Mutter? Ja, sie wird immer schwächer. Ich muss sie wiedersehen. Das wird dir keine Klarheit verschaffen. Nur Chaos. Ich habe etwas Dummes getan. Warum sollte ich bedroht werden? Ihre Familie hat eine Vergangenheit im Kongo. Ihre auch. Sjavtaud ist immer noch ein angesehener Name im Kongo. Wir sind alle mitschuldig. Haben Sie ihn etwa verhört? Ich werde nie wieder für dich lügen. Pass auf dich auf. Wir beschuldigen Belgien, die EU und die UNO der Komplizenschaft. Hörst dich an deinen verdammten Eiern auf, du beschissenes, gottverdammtes Kackarschloch! Die Arschloch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017